Wir wollen uns in diesem Video mit der Frage beschäftigen, wie die Windenergieanlage als Auftriebsläufer funktioniert, also wie die Anströmluft eine Windturbine in Rotation versetzt. Grundsätzlich basiert das Prinzip auf dem Auftrieb, ähnlich wie man das bei einem Flugzeugflügel kennt, wobei die Anströmrichtung bei einer Windturbine etwas anders ist als bei einem Flugzeugflügel. Um das ein bisschen darzustellen, gucken wir uns mal einen Rotorflügel, ein Blattelement mal im Profil an. Wir wollen, dass sich der Rotorflügel in diese Richtung bewegt, also das hier ist unsere Drehrichtung. Jetzt berücksichtigen wir direkt, dass der Rotorflügel etwas verdreht sein kann. Das gucken wir uns gleich etwas genauer an. Das heißt, wir haben jetzt hier den Flügel, bei dem die Profilsehne etwas geneigt ist. Wir zeichnen jetzt hier den Flügel, das Blatt im Schnitt einmal an. Das heißt, wir haben hier in dieser Profilsehne, das hier ist die Profilsehne, haben hier einen Winkel, der typischerweise mit Theta bezeichnet wird. Also Theta ist der Blatteinstellwinkel. Der also etwas gedreht ist zur Drehrichtung. Also das hier in diese Richtung, das ist unsere Bewegungsrichtung oder Drehrichtung unseres Rotorflügels. Was wir noch haben ist, die Windgeschwindigkeit soll jetzt in unserem Beispiel von unten kommen. Also von hier unten strömt die Luft jetzt also an mit der Windgeschwindigkeit WV. Das ist jetzt die Windgeschwindigkeit. Und wir wollen jetzt überlegen, welche Kräfte wirken nun auf unseren Rotorflügel. Was wir noch brauchen, ist noch einen zweiten Winkel. Neben diesem Winkel Theta, den wir hier eingezeichnet haben, den sogenannten aerodynamischen Anstellwinkel. Das heißt, wir haben hier noch einen zweiten Winkel, der an den Flügel angreift, der typischerweise mit Alpha bezeichnet wird. Also Alpha ist der aerodynamische Anstellwinkel, den man berücksichtigt werden muss, gemeinsam mit dem Blatteinstellwinkel, den man variieren kann über die Windenergieanlage. Das heißt, wir haben jetzt hier einen zweiten Winkel, der jetzt hier etwas schräg angreift an unsere Windenergieanlage in diese Richtung. Diese Geschwindigkeit, die jetzt hier dargestellt werden kann, also dieser Winkel hier oder dieser Vektor, diese Geschwindigkeit, die nennen wir V a. V a ist in unserem Fall die Anströmgeschwindigkeit des Windes, die wir nun brauchen, um das Kräftegleichgewicht oder das Kräfteparallelogramm einmal einzuzeichnen. Was man anhand dieses Dreiecks hier bereits erkennen kann, ist ein erster Zusammenhang zwischen der Anströmgeschwindigkeit, dann der Windgeschwindigkeit, die wir jetzt hier noch einzeichnen können, und der Drehgeschwindigkeit. Also wir haben jetzt hier die Drehgeschwindigkeit, die wird mit U bezeichnet. Das ist die Drehgeschwindigkeit, mit der sich also unser Rotorblatt bewegt. Und U ist natürlich gleich R mal Omega, also Radius mal der Kreisfrequenz, mit der sich unser Rotor dreht. Jetzt können wir hier noch das dritte, den dritten Winkel, die dritte Strecke eintragen. Das hier ist jetzt also V w, unsere Windgeschwindigkeit. Und aus diesem Zusammenhang erkennen wir, weil wir ja hier jetzt ein Dreieck haben mit einem rechten Winkel hier oben, ergibt sich folgender Zusammenhang für die Anströmgeschwindigkeit V a. Das ist nämlich V a² gleich die Windgeschwindigkeit, wo V w² plus U² ist. Das ergibt sich halt aus diesem rechtwinkeligen Dreieck, was sich hier aus den drei Vektoren der Geschwindigkeiten ergibt. Welche Kräfte wirken nun auf unser Rotorblatt? Durch die Anströmgeschwindigkeit, die Anströmrichtung, die wirkt auf unseren Rotorflügel. Dazu zeichnen wir uns mal hier jetzt den Angriffspunkt ein. Wir haben zwei Kräfte. Einmal die Widerstandskraft, die in Richtung der Anströmgeschwindigkeit, des Vektors der Anströmgeschwindigkeit zeigt. Das zeichnen wir mal hier ein. Das ist jetzt F w. Mit F w zeichnen wir die Widerstandskraft. Und dazu senkrecht steht die Auftriebskraft oder der Auftrieb in diese Richtung. Das ist F a, unsere Auftriebskraft. Und aus diesen beiden Kräften ergibt sich nun eine resultierende Kraft. Woher kommt dieser Auftrieb? Und diese Auftriebskraft, das liegt natürlich daran, dass die Luft, die jetzt hier anströmt, unterhalb des Rotors einen Überdruck erzeugt. Oberhalb haben wir einen Unterdruck durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen die Luft an dem Rotorflügel vorbeiströmt. Wie man das jetzt auch vom Flugzeugflügel kennt. Also wir haben hier unten, tragen wir das mal in einer anderen Farbe ein. Also hier unten haben wir den Überdruck. Und hier oben haben wir einen Unterdruck. Und dieser Unterdruck führt nun dazu, zusammen mit dem Überdruck, dass eine resultierende Kraft entsteht, die den Flügel in Bewegung versetzt. Also aus diesen beiden Kräften, der Widerstandskraft und der Auftriebskraft, ergibt sich jetzt aus dem Kräfteparallelogramm. Das wollen wir hier einzeichnen. Eine resultierende Kraft. Und diese resultierende Kraft, das ist die Gesamtluftkraft, oder einfach Fr für resultierende Kraft. Fr, das ist also die resultierende Kraft, die wirkt durch die anströmende Luft. Und wir können nun diese Gesamtluftkraft noch aufteilen in die Kraft, die in Richtung der Drehrichtung wirkt. Also, das ist jetzt hier einzeichnen, einmal in diese Richtung hier. Das ist jetzt die Tangentialkraft. Ft. Tangentialkraft. Und dazu wieder senkrecht, wie wir das schon kennen, aus der Mechanik. Also hier haben wir jetzt die, diese Kräfte müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen länger machen. Das ist noch zu viel. Ich denke, man kann es erkennen. Also das hier, machen wir es mal vielleicht in einer anderen Farbe. Also das hier ist jetzt unsere Tangentialkraft. Die Tangentialkraft, die führt jetzt zur Rotordrehung. Also das ist die Kraft, die resultierende Kraft aus diesem Kräfteparallelogramm, die dazu führt, dass der Flügel sich nun in diese Richtung dreht, bis man sich dann natürlich die Kreisbewegung macht, wenn dessen die Schubkraft, die senkrecht auf der Tangentialkraft steht. Das ist die mechanische Belastung unseres Rotorflügels. Mechanische Belastung. Das heißt also, diese Kraft führt dazu, dass der Rotorflügel mechanische Lasten aushalten muss. Das heißt, er muss entsprechende Stabilitäten aufweisen, um auch oder insbesondere bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten im Bereich von 15, 20, 25 Meter pro Sekunde immer noch in der Lage zu sein, diesen Anstrumpenden Wind umzuwandeln in eine Drehbewegung, die wir dann umwandeln können in elektrische Energie. Man kann nun noch diese Gleichung hier etwas umformulieren, indem man noch die sogenannte Schnelllaufzahl einführt, abgekürzt mit Lambda. Lambda ist die sogenannte Schnelllaufzahl, die noch eine Bedeutung später bekommen wird. Schnelllaufzahl ist die Definition. Das Lambda definiert wird als das Verhältnis der Geschwindigkeit, mit der sich unser Rotorblatt in Drehrichtung bewegt, im Verhältnis zur Windgeschwindigkeit. Und wenn wir diese Gleichung nun hier oben einfügen, ergibt sich daraus, dass die Anströmgeschwindigkeit VA gleich VW, also der Windgeschwindigkeit, mal Wurzel aus 1 plus Lambda Quadrat wird. Das heißt also, über diese Definition mit der Schnelllaufzahl, die, wie gesagt, später noch eine Bedeutung haben wird, das sehen wir dann in den nächsten Videos, lässt sich die Anströmgeschwindigkeit ermitteln, als Windgeschwindigkeit mal 1 plus Lambda zum Quadrat. Wie sieht das Ganze nun in der Seitenansicht an, wenn wir uns das Rotorblatt mit der Rotornarbe einmal ansehen? Das wollen wir uns auch noch einmal aufzeichnen. Also wir haben jetzt hier die Rotornarbe. Das soll jetzt hier die Rotornarbe darstellen. Dann haben wir das Rotorblatt. Das ist das Rotor. Das hier ist unser Rotorblatt. Wir haben hier die Rotornarbe. Und von vorne strömt der Wind nun an. Was passiert nun in unserer Betrachtung mit den Winkeln, die wir jetzt hier oben definiert haben? Das heißt also, wir haben die Windgeschwindigkeit, die jetzt nun von links kommt, und auf unseren Rotorflügel trifft. Ich will den vielleicht mal ein bisschen hier schraffieren, um den hervorzuheben. Also das ist jetzt unser Rotorflügel. Wir haben nun in diese Richtung, das hier ist unsere Anströmgeschwindigkeit, Va. Also das ist hier quasi wie die Richtung. Wir haben die Tangentialkraft, die senkrecht nach unten zeigt. Das ist Ft. Wir haben dazu senkrecht die Schubkraft, Fs. Also die mechanische Belastung. Aus diesem Dreiecks oder Parallelogramm, haben wir ja vorhin gesehen, kann man jetzt die Auftriebskraft ermitteln. Also das hier ist Fa. Beziehungsweise aus der Auftriebskraft ergeben sich dann Tangentialkraft und Schubkraft. Und die Bewegung unseres Rotorflügels zeigt natürlich jetzt auch in diese Richtung. Machen wir das mal in grün. Also das hier, in diese Richtung nach unten, dreht sich jetzt unser Rotorflügel. Das heißt, wir haben hier eine Drehung, eine Rotation im Uhrzeigersinn, Rotation, die dadurch zustande kommt. Also wenn wir uns nochmal die Drücke uns anschauen, wir haben hier den Überdruck auf der Vorderseite und auf der Rückseite haben wir den Unterdruck. Der dazu führt, dass wir also dann die Rotation oder die Drehbewegung in diese Richtung hier haben. Das ist also die Drehbewegung. Nach unten, sodass wir dann also diese Rotationsbewegung hier bekommen, die dann dazu führt, dass wir dann innerhalb der Windenergieanlage den Rotor antreiben können und über elektrische Induktion dann die elektrische Energie erzeugen. Was man nun noch machen kann, ist, dass man diesen Winkel, den Blatteinstellwinkel Theta, den wir hier oben definiert haben, der lässt sich variieren, indem der Rotorflügel gedreht wird. Das hat zur Folge, dass auch der Anstellwinkel Alpha sich verändert. Das führt dazu, dass der Leistungsbeiwert sich verändert, auch in Abhängigkeit der Schnellaufzahl. Das schauen wir uns dann noch an. Und diese Verdrehung des Rotorflügels, das wird auch Pitchregelung genannt, also dass man den Rotorflügel entsprechend anpasst um damit dann die Drehbewegung der gesamten Windenergieanlage zu beeinflussen. Wie das thermodynamisch funktioniert, auch welche Drehmomente auftreten, das wollen wir uns an dieser Stelle gar nicht angucken. Das führt jetzt an dieser Stelle tatsächlich zu weit. Wichtig noch zu sehen, also über den Blatteinstellwinkel kann man die Drehrichtung bzw. die Drehgeschwindigkeit beeinflussen und über die Schnellaufzahl hat man dann einen Einfluss auf den Leistungsbeiwert, der dann ja eine Information darüber gibt, wie groß die Leistung ist, die wir durch die Windenergieanlage aus dem Wind entnehmen können. und die Fahrscher auf dem Windenergieanlage erinnahend ist, auf den Ontem und die Drehzahlung und die Drehzahlung wird eben Vielen Dank.